Willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Ihr seht, ich bin am Flughafen, denn heute geht es nach Rom. Ich habe einfach einen Shoot mit Paolo, dem Baller, bekommen von AS Rom. Ich würde schon sagen, ich bin etwas aufgeregt, obwohl ich schon mit vielen Profispielern gedreht habe. Aber bei ihnen ist es einfach nächstes Level. Deswegen nehme ich euch mit nach Rom und ich zeige einfach mal, was so heute Morgen bei mir abgeht. Guys, let's go! Die Dame war auf jeden Fall am Checkingschalter, so nett. Der hat einfach mein Gepäck kostenlos eingecheckt. Der Tag kann noch nicht besser anfangen. Guck mal Leute, Covid hin oder her, aber irgendwie hat es schon viel mehr Bock gemacht, während Covid zu reisen, als jetzt. Ey, die Flügläfen sind so voll heute. Ey, man kommt da gar nicht durch. Aber zum Glück habe ich mein erstes Essen geholt, denn ich bin wieder so behindert. Ich habe heute gar nichts gegessen. Wir haben 18 Uhr, deswegen snack ich mal jetzt was und gleich geht es dann auch zum Flüger. Kennt ihr das, wenn ihr jetzt angekommen seid am Flughafen und wir warten noch nie hier? Er hat einfach gar keinen Plan, wohin oder was man überhaupt machen muss. Aber zum Glück, die Kollegen haben ein Airbnb hier, deswegen gehe ich gleich zu ihnen. Also hier ist das Airbnb von den Jungs. Ich hoffe, die kommen auch gleich raus. Nicht, dass ich hier alleine auf der Straße schlafen muss. Nice appointment! Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ah, ich bin gut. Ich kann hier schlafen? Ja, es ist in Deutschland. Wie war die Flugzeit von Korea? Ah, lange Zeit, lange Zeit. Ich weiß. Oh, was ist das? Ist das für die Challenge, Shimawa? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kann hier arbeiten. Damn. Bro, ich werde nicht lieb. Shoot for Love ist der größte professionelle YouTube-Kanal, der ich je gesehen habe. Es ist noch immer wie letzte Minute, aber sehr professionell. Also gerade eingecheckt in das Airbnb, sieht das, das ist halt riesig. Die Jungs haben schon alles geplant oder die Planheit immer noch. Und morgen um 10 Uhr shooten wir das Video mit dem Bala. Und ich gehe mal früh schlafen, damit ich auch bereit bin. Denn es wird wild. Ich zeige euch ganz kurz, wie ich mich auf das morgige Dreh vorbereite. Also ich habe mir jetzt zwei Paar Handschuhe ausgewählt für morgen. Ich mache erst mal die Folie ab. Ich wasche die gleich und lege die auf dem Handtuch bis morgen trocken. Also ich habe gerade auch die Folie abgemacht hier. Dann werden die gleich ausgewaschen. Ganz wichtig. Und dann auf dem Handtuch gelegt zum Trocknen. Hier habe ich schon alle meine Sachen schwarz-weiß, die ich zum Morgen brauche. Bisschen nass machen, nicht allzu viel und gleich trocken legen. Ich weiß nicht, ob das wild ist, aber gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Es ist einfach 5 Uhr morgens und wir machen uns schon fertig auf dem Weg zu dem Platz. Warum wir so früh sind, ist, weil die ganzen Sachen aufbauen müssen für den Shoot. Es ist sehr zeitaufwendig, habe ich gehört, weil die Sachen, die wir mit dem Baler machen, sind schon anders. Also ich meine die Challenges. So wie ihr seht, die Jungs, sind schon die ganzen Boxen für die Challenges rein. Wir haben einfach zwei Autos. Also das ist unsere Location für heute. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Also die Anlage ist einfach auf dem Hotelgelände und hier shooten wir heute mit Dybala. Also wie gesagt, der heutige Dreh findet hier in solcher Hotelanlage statt. Also wir haben hier auch Dybala Fanclub. Cam, wo ist dein Schirt? Ah, ich bin kein Teil des Fanclub. Bist du kein Fan? Nein, ich bin ein Fan von Dybala, aber es gibt Arbeit, bevor wir gehen. Die Jungs haben schon angefangen, die Boxen aufzubauen. Ich weiß genau nicht, wie die Challenge aussehen wird, aber ich vermute mal, dass die Boxen wie so eine Wand darstellen sollen. Und Dybala muss dann über diese Boxen den Ball rüberbekommen. Ich würde mal sagen, abwarten. 2000 Jahre später. Nach zwei Stunden harte Arbeit haben wir jetzt das hier alles aufgebaut. Die Kartons werden wir natürlich als Mauer benutzen. Und wir warten nur noch auf Paolo, bis der gleich kommt. So, gerade umgezogen. Heute trage ich ganz schwarz. Ich muss noch ganz kurz meine Haare machen, ein bisschen Gel rein. Sonst, ihr seht, als Torwart immer die Haare in die Augen zu kriegen, ist sehr schwer. Und deswegen geht es gleich auch los, weil der kommt auch gleich schon. Okay, wir haben ein kleines Problem. Dybala ist hier mit seinen ganzen Managern da. Und die Manager sagen, kein Torwart. Ich verstehe nicht, was der Unterschied zwischen, wenn er jetzt die Freistöße macht mit Torwart oder ohne Torwart. Natürlich mit Torwart, das ist viel cooler. Total Katastrophe. Check ich es gar nicht. Also hier sind die ganzen Manager von ihm. Irgendwas sind die da am Labern. Also jetzt alle warten hier auf Dybala. Wer überhaupt kommt, weiß man nicht. Aber die Managerin ist nochmal gekommen und hat gesagt, so, keine Chance. Torwart darf nicht im Tor stehen. Der Winter hat auf jeden Fall geholfen. Das ist viel zu einfach. Ich würde sagen, mit dem Torwart wäre es schon um einiges schwieriger geworden. Aber ich darf hier nicht. Also jetzt wird es auf jeden Fall megaschwierig. Aber ich glaube, er muss die Rome runter. Von diesem Winkel sieht das eigentlich ganz einfach aus. Ja, das ist einfach. Siehste, das meine ich mit dem Manager. Wir haben versucht, seine Schraube zu kaufen. Auch für die Rome. Ja. Jeder, die kaufen. Ich bin mir ein Bild mit dem. Ich bin mir ein Bild mit dem. Oh, ja. Aber für dich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Leute, leider hat es nicht geklappt. Die Manager von ihm standen leider im Weg. Ich kann das schon, ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Es geht um sein Image, dies, das und so. Aber im Endeffekt sind das nur ein paar Elfmeter, die, ähm, was sollen wir machen? Man hat probiert, aber ich werde trotzdem nicht aufgeben, um nach viel, viel mehr andere Spieler zu finden. Der Vlog ist hier jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht zu liken und abonnieren, denn es werden ganz viele neue Videos noch kommen. Und für mich geht es jetzt nach Milan. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Peace out.